Liebe Vermieter, in diesem Video wollen wir Ihnen unsere beiden Unterkunftsportale monteurzimmer.de und pension.de vorstellen und deren Vorteile und Unterschiede für Sie als Vermieter erläutern. Auf monteurzimmer.de finden nicht nur Monteure eine geeignete Unterkunft, sondern auch Handwerker, Berufspendler, Messebesucher, Studenten und Praktikanten. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung auf dem deutschen Markt erfreuen wir uns an wachsender Beliebtheit und verbuchen jährlich über 2,5 Millionen Besuche auf unseren Unterkunftsportalen. Um Ihnen auch weitere Zielgruppen zu ermöglichen, haben wir 2016 unser Schwesterportal pension.de mit an Bord genommen. Mit pension.de erreichen Sie zusätzlich auch Reisende, Aktivurlauber und Langzeitferiengäste. Monteurzimmer.de und pension.de verfügen im Allgemeinen über identische Funktionen und Preise, wobei pension.de einen stärkeren Tourismusfokus mit Urlaubsregionen und inspirierenden Inhalten hat und monteurzimmer.de eher praktisch und schnell Vermieter und Mieter zusammenbringt. Wie funktioniert die Spiegelung in das jeweils andere Portal? Ganz egal, ob Sie bereits einen Eintrag auf monteurzimmer.de oder pension.de haben. Um den bestehenden Eintrag zu übertragen, müssen Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten einloggen. In Ihrem Vermieterbereich klicken Sie dann auf den Reiter Übertragung zu pension.de bzw. Übertragung zu monteurzimmer.de. Anschließend wählen Sie die Eintragsart aus, mit der Sie werben möchten und erhalten zusätzlich 20% Rabatt auf das ausgewählte Produkt. In der Zusammenfassung weiter unten bestätigen Sie dann die Bestellung, indem Sie auf Zahlungspflichtig bestellen klicken. Nach wenigen Sekunden ist Ihre Bestellung abgeschlossen und Sie werden in die Eintragsmaske Ihres neu erstellten Eintrags geleitet. Hier haben Sie nun die Möglichkeit Änderungen vorzunehmen. Über einen Klick in das Kästchen Änderungen auch in Ihrem Eintrag auf monteurzimmer.de speichern, können Sie Änderungen Ihrer Angaben auch immer auf das jeweils andere Portal übertragen. Falls Sie das Häkchen nicht auswählen, können Sie die Angaben für Ihren monteurzimmer.de und pension.de-Eintrag auch getrennt voneinander pflegen. Die Spiegelung in das jeweils andere Portal ist damit erfolgreich abgeschlossen. Änderungen können Sie jederzeit selbstständig durchführen. Ihre Zugangsdaten sind sowohl für monteurzimmer.de als auch pension.de gültig. Wenn Sie auf einem Portal eingeloggt sind, können Sie ganz leicht über den Tab oben links in den Vermieterbereich des anderen Portals wechseln, ohne sich neu anmelden zu müssen. Sie finden auch weitere Informationen zur Spiegelung Ihres Eintrags in unserem Hilfe- und Kontaktbereich. Viel Erfolg bei der Vermietung!